Prabhakarasana heißt wörtlich die Lichtmacherstellung, ist die Bezeichnung für verschiedene Asanas. In der fortgeschrittensten Variation würdest du die Fußsohlen zusammenbringen, du gibst die Fersen zum Nabel hin und die Zehen zum Brustkorb. Soweit zeigt es gerade Fabian. Also du kommst praktisch von Bhatrasana ausgehend, gibst dann die Fersen zur Nabelgegend hin und die Zehen zum Brustkorb hin. Das ist die Vorübung. Dann würdest du jetzt die Füße dort oben halten, die Hände auf den Boden geben, indem du erst die Oberarme, den Oberarmen, die Unterschenkel festhältst und dann die Hände auf den Boden gibst. Nächster Schritt wäre jetzt, von hier ausgehend hebst du noch das Becken hoch, hältst aber die Füße am Körper. Eine Variation von Prabhakarasana, Fabian zeigt, wie es von hier aus geht, genau, Fußsohlen zusammen und Becken heben. Das ist also jetzt Prabhakarasana und schrittweise kannst du probieren, die Füße immer näher an Bauch und Brust zu halten. Eine nächste Variation ist Prabhakarasana aus der Krähe heraus. Du kommst zur Hockhaltung, gibst die Hände auf den Boden, gibst die Knie auf die Oberarme oder Ellbogen und von hier aus gibst du die Zehen zusammen und wenn du kannst, die Fußsohlen zusammen. Und von hier ausgehend kannst du probieren, langsam die Füße weiter nach vorne zu drehen, zum Bauch hin. Das sind alles Variationen von Prabhakarasana, die Lichtmacherstellung. Prabhakara ist übrigens auch eine Bezeichnung für Surya, der Sonnengott. Und so sieht es von vorne so ein bisschen aus, als ob du eine Sonnenscheibe darstellst. Und so sieht es aus, als ob du eine Sonnengott.